Sie sind hier, 27. August 2018, 16.21 Uhr, Lesedauer, zwei Minuten, die ersten neun Spiele der neuen Bundesliga-Saison sind vorbei. Vier Torhüter bleiben am ersten Spieltag ohne Gegentor. Sport 1 präsentiert die weiße Weste der Torhüter. In der vergangenen Spielzeit gewann Ralf Fährmann das Ranking. Der Torwart von Schalke 04 lieferte die meisten Spiele ohne Gegentor ab. Nach dem ersten Spieltag dieser Saison haben gleich vier Keeper ihre weiße Weste gewahrt, darunter Gladbachs Jan Sommer. Schalkes Torwart Fährmann musste zweimal hinter sich greifen. Zwei weitere Keeper kassieren noch mehr Gegentore. Sport 1 präsentiert die weiße Weste der Bundesliga-Saison 2018-19. Sport 1 präsentiert die weiße Weste der Bundesliga-Saison 2018-19.